Musik Die Dame, der Herr Schatz, hier kannst du bestellen, was du willst. Hier gibt es echt alles. Das glaube ich nicht. Na, bis 10. Haben die Herrschaften gewählt? Ich habe gehört, hier gibt es wirklich alles. In diesem Lokal gibt es nichts, was es nicht gibt. Ach ja, dann hätte ich gerne den gegrillten Elefantenrüssel. Darf ich fragen, Medium oder Durch? Oder warten Sie, doch lieber die Pandatatze. Die Pandatatze in Aspik mit etwas Gemüse dabei? Ähm, ich habe es. Ich hätte jetzt gerne die Oinuren-Eier aufgetoast. Oh, diese Bestellung haben wir so hier noch nie reinbekommen. Da müsste ich erst mal Rückfrage mit der Küche halten. Ja, tun Sie das mal. Siehst du, ich habe dir gesagt, die haben nicht alles. Abwarten. Hm. Mein Herr, es tut mir leid. Ah, ah, ah. Geben Sie doch einfach zu, dass Sie keine Oinuren-Eier auf Toast haben. Mein Herr, Oinuren-Eier haben ja hier noch ein Nische, aber leider ist uns das Toast ausgegangen. Sind wir eigentlich fertig? Ja. Sehr gut. Habt ihr die Zuschauer eigentlich gefragt, ob sie liken und abonnieren wollen? Wozu denn? Na ja, wenn wir wieder ein neues Video hochladen, dann bleiben Sie informiert. Ganz einfach. Ah, hast recht. Also, wenn ihr informiert bleiben wollt, immer schön liken und abonnieren. Habt ihr verstanden? Und die Glocke getroffen. Was für Glocke? Oben links. Äh, rechts. Scheiße. Also da oben links soll eine Glocke sein. Ich sehe zwar jetzt keiner, wer bei euch müsste da oben links sein, ne? Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts jetzt, oder was? Ne, unten rechts. Jetzt unten rechts. Ach, egal. Hauptsache egal welche Glocke. Genes, pass auf. Sucht die Glocke irgendwie und drückt sie. Habt ihr sie schon gedrückt? Ja, was ist denn los mit euch? Ihr sollt die Glocke drücken. Habt ihr das nicht verstanden? Glocke drücken. So, hier. Ich hab aber auch keine Zeit mehr. Ich muss jetzt gehen. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.